was geht ab habibi alles klar brau jetzt alles gut wo kann man sehen wie viel siege man hat keine ahnung ich weiß nicht bei besten liste glaube ich kann man das sehen steht eigentlich keine bilanz mehr oben links wie man trifft der ganze youtube hier alter bei was das denn alter was ein zufall wieder das ist ja unglaublich geil alter mit meinem moralis hier alter hat mal vinicius insigne für waskes sagt ich hab diesen einleitze mitgenommen scheiße wie kann ich denn im discord jetzt hier rein moment wo sind die denn im discord was ist das denn ja ja gut und ich hab noch gar kein spiel im also jetzt gerade habe ich das mein erstes spiel im draft jetzt gerade mein erstes spiel ich habe schon ein paar drafts gemacht so wie meinst du ich bin erste runde gegeneinander ist das jetzt dein erstes spiel nein ich habe schon locker zehn spiele gemacht oder so bist du gut na nicht so ist okay ich bin immer halbfinale und so raus du hast du was ist so viel eine dreieckspässe ne ja guck mal tasten uns ein bisschen ran hier ist gutes training ja ja übersteiger ich habe dein team nicht mal gesehen das sieht man immer eine sekunde ist ja ich habe schon ein paar und jetzt hast du rasen vor dir ravinian ey ernesto was hast du schon so gezogen kurz ich habe nur rashford gezogen davis rashford was habt ihr denn so gezogen heute noch habt ihr irgendwas geiles ich habe so geisteskrank gezogen einer ist bei hallo heute ja und davon wenn man hart ackert da ne 40.000 fifa-päusche junge junge ich habe schon 60 ja ich habe jetzt über 30.000 und hab jetzt über 30.000 und ganz klar ronaldo digga der gewinnt jedes kopfball-duell alles der typ ist eine maschine ich bin bei messi ne was ich bin messi so beweglich und so super super stärkung ich habe jetzt ein imam christian und den beleber weißt du was mich aufregt die abwehr ist schon wieder so krass schwer und kontern ja guck mal diese bälle einfach ein passmann ist durch ach scheiße stark kommt es raus kontern ist op und cpu verteidigung ist auch wieder so ein bisschen stark finde also was du bist findest du der zweite geht irgendwie so voll passiv dran mit diesem grünen kreis darüber aber wie findest du das denn vom feeling her mit dem fetten controller und so ich bin der ps5 version ja normal aber die ps4 version ist ja nicht so wie die fünfer mit diesen hyper motion und so hyper motion ist halt da merkt man extrem ja deshalb ich kann ja nicht mit vierer controller auf fünf spielen ich finde den vierer aber besser persönlich ja aber auch die daumen die ganzen wie schnell ist der denn man dann ist das meine ganzen abwehrspiel haben auch die engine ist ja ganz komplett anders ne ja klar wird man auch von allen habt ihr schon die vierer version gezockt aber wo sind denn die ganzen e-sport turniere also auf welcher version das ist eine gute frage da fünf wird auf jeden fall besser man weil das neue engine ist und so ja guck mal dieser dreiecks passt jetzt ja ja passieren bei dir viele toren gespielt ne immer so 0 0 1 0 ja weil abwehr so stark ist wieder voll viele bunkern auch wird so ein richtiges deto spiel alter wieder ball besitzt und kann auch aber auch manchmal umschalten ja also ja man weiß doch gar nicht das spiel das alltag draußen und niemand weiß wie das spiel noch funktioniert ich muss vorher auch noch so lange zum schießen eine zitale an thema neben mir guter passt es ist so schwer vor und hohe zu schießen ich weiß euch ja nur kurze ecke ne geht gar nichts mehr gestern ist mir auch aufgefallen die machen ich weiß gar nicht wie man abschließen soll ich habe noch ich habe bis jetzt zwei tore in dem spiel gemacht und sieben kassiert oder acht und die torhüter sind springen durch die ganze strafforme machen naja ecken und so ganz schwer jetzt kommt der dreieck passt ich sehen nicht wusste ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr 45 der mythos ist wieder da abti kann ich mehr abti safe safe ja typisch schnell der sich bewegt ja ja der trinkt ja auch viel weniger als sonst das netz voll komisch ja ja doch nicht mal die billigsten verkauft ja ich bin ich nicht dran ja ich bin ich ja der controller manchmal machen aber weil man das noch nicht drin hat mit dem controller ja 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 ich bin ich boah guck mal im bar p oh mein go das gesehen wie der durchgezogen ist kommentar wie hält er den ja frage ich mich auch seite bei denen in neuen wohnungen oder was ja alle bei ihnen ach weil ihr zu dritt da alle will jetzt nicht ich glaube einer muss liegen kein problem guck mal was soll man da machen so beim wenn du angreifer bist wie willst du da ein ton schließen frage ich mich ja fifa 19 mit grün timefinish war so cool nur dieses timefinish gibt es hier noch timefinish hast du mal probiert müsste man mal eigentlich wirklich oh ja oh elber den haben wir mitgenommen mein erster elber mach mich grüß mach mich grüß mach mich grüß mach mich grüß ja komm ich hab kurz zu ihm geschaut ist er mehr von Edo kurz Eka ja wow was macht der denn wo der flying holländer alter flanken kommen aber geil ja wow der hält ja alles man die springen da durch den strafraum nein wo war das denn wix den um alter den kannst du nicht von bald trennen der ist gestört mein imbap hat man noch gar nichts gesehen der kann nur laufen der ist verrückt guck mal wenn der guck mal wenn der der in grüß kommt oh mein Gott der unheilung ist so gut jungen hast du den tot hier auf undercover oder was jungen ach der da guck mal der fliegt sogar zurück oh man wie groß er ist und so olle olle waaah wo war das ein Foul nee oh oh mein Gott ey bruder was ist das denn die tonhüter haben eine richtig komische animation finde ich komm Mbappé ein sprint bruder jetzt jetzt komm ach wer rennt da hinter mir jajjanko jajjanko evi plus 2-0 ja oh mbappé enttäuscht dieses spiel mbappé war wirklich nicht so gut bei dir ne hat nichts gerissen digga gg's gg's so alter kommen nur streamer youtuber ja nur youtuber und e-sportler die sich das geschnorren haben